Kommt junge Vollgas da durch. Leute, es ist so nass. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt gerade mal wieder mit dem Viertakter unterwegs und mit dem anderen Viertakter. Ich fand hier gerade noch ein Fitnessstudio hier. Und jetzt fahren wir mal eine kleine Runde hier. Es ist zwar ein bisschen am Regnen jetzt und ja. Ich fahr jetzt noch eine Runde, oder? Was, eine Runde fahren? Ja, fahr dir mal vor. Ich fahr nicht vor. Jay, wo lang? Ich fahr nicht genau aus. Lass da lang fahren. Ich will den Motor nicht schon wieder zum überdrehen bringen. Ach, dieser scheiß Nieselregen, Leute. Ich hoffe, dass der nicht zu sehr stört auf Verlinse. Oh, eine Muffcar. Ich fahr nicht mehr. geradeaus ich muss echt mal eure neu abstimmen, das geht ja wohl echt gar nicht hier dass ich mich hier von so einem Viertakt abziehen lasse also wir dürfen auf dem Fahrrad nicht fahren schon traurig, dass der Fahrrad genauso schnell ist aber ja, so ist ja nun mal das Gesetz Schwierende Mofka, was ist denn los? Tanzzentrum Coesfeld, okay Junge, heizt nicht so lang, hier ist 50, alles gut Kollege Hey Okay Leute Hm? Hm? Unsere Lieblingspfützen Auf geht's Pfützen? Hab ich auch gehört Let's go Ich hab keine Ahnung wie Tiefdinger sind, ne? Ich würde sagen, das ist echt Langeweile, was wir gerade mal haben Ja Leute, kurz und kehrt, das ist wirklich Langeweile hier Uff Komm junge Vollgas da durch Und weiter geht's zur Sackgasse Und weiter geht's Ich war's Ich war's Ich war's Ich war's Ich war's ist der holmw ist so dreckig geworden geht aber noch leute alles gut er soll mir mal beim skaterplatz gucken beim skaterplatz zum skaterplatz also ich rieche nach süßigkeiten stopp schild oder so eine karte tiefgelegt ich dachte schon die kommt nicht ja leute ich glaube ich fahre jetzt auch nach hause ja ich auch ciao ciao ja leute dann war es noch mal wieder mit dem video ich weiß das video war jetzt nicht sehr spannend aber meine videos können nicht immer spannend sein weil mein alltag ist auch nicht immer sehr spannend sagen wir es so und ja ich hoffe das video hat mir trotzdem gefallen lasst einfach ein abo da falls mir kein abo gegeben habt und so und ja und ja dann würde ich sage bis zum nächsten mal haut rein heute und tschau